Elektromobilität oder die seltsam kennt sie Video, Elektromobilität ist ein Schlüssel, um auch künftig nachhaltig mobil zu bleiben. Erste Elektrofahrzeuge es bereits seit einigen Jahren zu kaufen. Doch die hohen Anschaffungskosten und geringe Reichweite halten derzeit noch viele Autofahrer vom Kauf eines Stromers ab. Fraunhofer-Forscherinnen und Forscher arbeiten zusammen mit der Industrie an neuen Lösungen für innovative Batterien, dem Laden ohne Kabel sowie an kostengünstigen Antriebssystemen. Diese Komponenten sollen helfen, Elektrowagen der kommenden Generationen leistungsfähiger zu machen. Mehr als ein Jahrhundert sorgte der Verbrennungsmotor für Automobilität. Doch der Klimawandel sowie die stetig wachsende Weltbevölkerung, stellen neue Anforderungen an die Mobilität. Schon jetzt verursachen Autos, RKWS, Motorräder und Co. etwa ein Viertel der Treibhausgase in Europa. Zudem belasten Lärm, Feinstaub und Abgase die Menschen. Anders Elektroautos, sie sind leise, stoßen keine Emissionen aus und verringern die Abhängigkeit von Erdöl-Importen. Weiterer Vorteil, fahren die Wagen mit Strom aus erneuerbaren Energien, sind sie im Vergleich zu einem Benziner oder diese Fahrzeug deutlich umweltfreundlicher. Doch trotz dieser Vorteile sind auf deutschen Straßen kaum Elektrowagen unterwegs. Anfang des Jahres waren erst 19,000 reine E-Mobile und 108,000 Hybridfahrzeuge zugelassen, so die Zahlen des Kraftfahrtbundesamts. Vor allem die hohen Anschaffungskosten, die geringe Reichweite und die fehlende Infrastruktur schrecken viele Autofahrer ab. Auch innerhalb der Europäischen Union sind elektrisch betriebene Fahrzeuge noch ein Nischenmarkt. Das machen die Daten des Europäischen Autoherstellerverbands ACA deutlich, im ersten Quartal 2015 wurden insgesamt 3,5 Millionen Pkw neu zugelassen, davon waren lediglich 24,630 Stromer. Doch so langsam steigt die Nachfrage nach Elektroautos an. In Europa, EU plus Norwegen und Schweiz, wurden im ersten Quartal 2015 fast doppelt so viele Stromer verkauft, 33,835, als im Vorjahreszeitraum. Spitzenreiter in Europa ist Norwegen. Dort verkauften die Autohändler dank großzügiger staatlicher Anreize allein im ersten Quartal 8,099 Elektroautos. Das entspricht einem Anteil von etwa 23% am norwegischen Gesamtautomarkt. Nachfrage steigt Leitmarkt für E-Mobilität sind die USA mit etwa 120,000 verkauften Elektro- und Plug-in-Autos im vergangenen Jahr, so der Index Elektromobilität von Roland Berger Strategie Konsultanz und der Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen MbH Aachen. An Bedeutung gewinnt der chinesische Markt, mit knapp 53,000,000 verkauften E-Mobilien in 2014 konnte das Lang den Absatz gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln. Tendenz weiter steigend. 1-Gulden-ZZI-Gulden-SG-Gulden-GZ-Gulden-Gulden-UGZ-Z-Gulden-Gulden-Gulden-GZ-S-Gulden-SGG-Gulden-Gulden-SG-Gulden-GT-L-I-C-H-E-Forderung. Aktuell investiert die Regierung fast 7,7 Milliarden Euro in die E-Mobilität. Bereits seit mehreren Jahren unterstützt auch die Bundesregierung den Ausbau der Elektromobilität. Ihr Ziel ist es, Deutschland zu einem Leitanbieter und Leitmarkt für Elektrofahrzeuge zu machen. Die Fraunhofer-Gesellschaft trägt dazu bei, wichtige Grundlagen für den Umstieg auf E-Mobile zu legen. Bereits 2009 startete die Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilität FSEM. Nur zwei Jahre später konnten die Forscherinnen und Forscher bereits erste Lösungen demonstrieren. Derzeit werden die Aktivitäten weitergeführt in dem Leitprojekt FSEM II, siehe Kasten, Elektromobilität schont nicht nur Klima, Umwelt und Ressourcen, sondern fordert auch technologische Innovationen, betont Professor Matthias Busse, der Sprecher des Projekts und Leiter des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung E-Farm in Bremen im Fokus der Fraunhofer-Systemforschung. Stehen effiziente und kostengünstige Antriebskomponenten, Leichtbau, Energiespeicher, das Laden ohne Kabel sowie Lösungen für das autonome Fahren. Hierbei arbeiten wir eng mit der Industrie zusammen. Erste Prototypen präsentierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der diesjährigen Internationalen Automobilausstellung, IAA. Leichte, leistungsfähige Batterien, eine Schlüsselkomponente für das Fahren mit Strom ist das Batteriesystem. Daran werden hohe Anforderungen gestellt, es muss nicht nur besonders leistungsfähig, sondern auch leicht, langlebig und sicher sein. Fraunhofer-Experten entwickelten deshalb den Leichtbau-Energie-Pack. Das System besteht aus hochintegrierten und austauschbaren Energiekomponenten sowie einem thermischen Puffer, der für die effektive Temperierung der Batterien sorgt. Damit der Energie-Pack auch im Sommer oder bei Extremsituationen wie dem Fahren über Kurvege, steile Gebirgsspässe nicht überhitzt, setzen die Forscherinnen und Forscher das Phasenwechsel-Fluid-Kryosol-Register-Trait-Mark-Plus- ein. Das Gemisch aus Wasser und Paraffin kann dreimal so viel Wärme aufnehmen wie Wasser. Erhitzt sich die Batterie im Betrieb, schmelzen die festen Paraffin-Klügelchen und speichern die Wärme. Kühle die Lösung ab, erstarren die Tropfen wieder und geben dabei Wärme ab. So verzögert Kryosol-Register-Trait-Mark-Plus im Winter das Auskühlen der Batterie. Damit das Energie-Pack leicht und dennoch sicher ist, verwenden die Wissenschaftler für das Gehäuse eine Kombination aus kostengünstigen standardisierten Leichtbau-Konstruktionen aus hochfestem Stahl- und Faser-Wahrstärktem Kunststoff mit metallischen Versteifungs- und Verbindungsknoten. An dem Projekt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fraunhofer-Institute für Lasertechnik ILT, Solare Energiesystemen ESE, für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht und für Werkstoffmechanik IWM beteiligt. Überholen mit Lithium-Booster-Batterien sollen Elektrofahrzeuge möglichst lange mit Energie versorgen. Doch kurzfristige leistungsintensive Aktivitäten wie zum Beispiel das Überholen oder das Einfädeln auf die Autobahn benötigen viel Strom und verringern so die Reichweite. Um solche temporären Leistungsspitzen besser auffangen zu können, arbeiten Fraunhofer-Forscherinnen und Forscher aus dem Fraunhofer-Institut für Silizium-Technologie an einer besonderen Hochleistungsbatterie. Der Lithium-Booster soll künftig für die notwendige Energie beim Überholen sorgen und darüber hinaus Bremsenergie effektiv in das Antriebssystem einspeisen. Hierfür sind Lithium-Akkumulatoren mit besonders hoher Leistungsdichte notwendig, die sicher und langlebig sind. Zudem müssen sie sich schnell, wieder aufladen lassen, beschreibt Andreas Würzig vom ESE die Anforderungen. Eine weitere Möglichkeit die Reichenweite von Elektrovagien zu erhöhen, ist der Einsatz von Brennstoffzellen als Rangeexender. Das Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT arbeitet an verschiedenen Varianten. Einfache Brennzellenstoffzellen mit einer elektrischen Leistung zwischen 5 Kilowatt und ca. 15 Kilowatt laden die Batterie im Betrieb nach. So kann man deutlich mehr Kilometer mit dem Stromer zurücklegen. Diese Brennzellenstoffen lassen sich zum Bespiel mit Methanol betreiben. Noch mehr zusätzliche Energie liefert ein wasserstoffbasierter Rangeexender mit einer Leistung von mehr als 15 Kilowatt. Damit kann der Wagen sogar direkt angetrieben werden. Für kommunale Nutzfahrzeuge wie z.B. Schneeräumer entwickelten Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme wie den Rangeexender H2P2R. Dieses System wird von einem emissionsarmen und zuverlässigen Verbrennungsmotor angetrieben, um sowohl elektrische Energie als auch für den Betrieb der Arbeitsgeräte benötigte hydraulische Energie bereitstellen zu können. Laden ohne Kabel Eine Herausforderung für E-Mobil-Besitzer ist derzeit noch das Laden. Wer Strom tanken will, braucht ein Kabel und viel Zeit. Das soll sich ändern. Fraunhofer-Experten arbeiten nicht nur an Schnellladenlösungen wie dem Batteriebus EDA, der in 15 Sekunden mit 700 Kilowatt laden kann, sondern auch an der kontaktlosen induktiven Energieübertragung ähnlich wie bei der elektronischen Zahnbürste. Beim induktiven Laden lässt sich Strom durch Magnetfelder quasi über die Luft übertragen. Dafür benötigt man elektrische Spulen, die zum einen in der Straße, einem Parkplatz oder der Garage und zum anderen im Auto verbaut sind. Bringt man die beiden Spulen im richtigen Abstand zusammen, fließt Strom und der Akku im Fahrzeug wird geladen. Eine vielversprechende Lösung haben Experten des Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES in Kassel entwickelt. Ihr System kombiniert nicht nur kabelgebundenes sowie induktives Laden, sondern ermöglicht es auch, bei Bedarf den gespeicherten Strom wieder ins öffentliche Netz einzuspeisen. So könnten die Batterien der Stromer künftig, auch als Zwischenspeicher für überschüssige Energie aus Sonne oder Wind genutzt werden. Der besondere Clou des Systems, wir verwenden für die unterschiedlichen Funktionen dieselben Komponenten. So ist das neue Ladegerät bis zur Hälfte kostengünstiger und nimmt etwa 45% weniger Raum im Fahrzeug ein als andere Lösungen, die es im Moment in Forschung und Entwicklung sowie konventionell gibt, rechnet Marco Jung vom IWES vor. Das multifunktionale, bidirektionale Ladensystem ist bereits zum Patent angemeldet. Selbstfahrendes Stromer induktives Laden ist vor allem für Skars Haring interessant. Im Projekt gemeinschaftlich E-Mobilität, Fahrzeuge, Daten und Infrastruktur, GEMO, entwickelten sechs Fraunhofer-Institute eine Infrastruktur aus induktiven Ladenstationen und CLOUD basiert im Ladenmanagement. Die ersten Prototypen des Ladensystems arbeiten sehr effizient, die übertragbare Leistung beträgt bis zu 22 Kilowatt. Damit lässt sich eine übliche Elektrofahrzeugbatterie in weniger als einer Stunde auf 80 Kilowatt Prozent ihrer Nennkapazität laden. Noch bequemer für den Autofahrer wäre es, wenn die E-Autos eigenständig die nächste induktive Ladenstelle anfahren könnten. Ingenieure des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung E-PA arbeiten an selbstfahrenden Stromern. Ihre Idee, in einem entsprechenden ausgerüsteten Parkhaus kann man künftig sein E-Mobil einfach auf einen beliebigen freien Stellplatz parken. Alles weitere erledigt das Auto allein. Es stimmt sich mit dem zentralen Rechner ab und fährt dann automatisch zu einer freien Stromtankstelle. Ist es aufgeladen, macht es Platz für das nächste Elektroauto. So ließen sich die wenigen vorhandenen induktiven Ladoplätze sehr effizient nutzen. Praktisch wäre es auch, wenn sich die Batterie direkt beim Fahren aufladen lassen. Dass dies tatsächlich auch funktioniert, zeigten Forscherinnen und Forscher des IFAM und des IWI gemeinsam mit Firmen auf einer Teststrecke im Emsland. Dort wurden direkt in die Fahrbahnspulen eingebaut. Fuhr man mit einem entsprechend ausgestatteten Elektrowagen über das Teilstück, wurden die Batterien mit Strom versorgt. Für Stadtfahrzeuge der Zukunft entwickelten Experten aus dem IFAM sowie aus den Fraunhofer-Instituten für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit EBF und für integrierte Systeme und Bauelemente E-Lisp einen innovativen Antriebsstrang. Das System besteht aus einem luftgekühlten elektrischen Radnabenmotor mit einer Spitzenleistung von 18 kW samt integriertem Umrichter, der für eine maximale Betriebsspannung von 120 Volt ausgelegt ist und die benötigte Spannung generiert. Über einen luftgekühlten, bidirektionalen 500 Amp-Gleichspannungswandler wird der Antrieb mit Energie aus einer 48V-Batterie versorgt. Luftgekühlter E-Antriebsstrangradnabenmotoren helfen die Kosten um den Energieverbrauch von Elektrofahrzeugen zu senken. Sie vergrößern das Platzangebot im Fahrzeug und ermöglichen es, durch die unabhängige Drehmomenteinstellung an jedem angetriebenen Rad aktive Fahrsicherheitskonzepte zu realisieren, erläutert Felix auch vom IFAM. In den Motoren kommen neu entwickelte gegossene Spulen aus leichtem und preiswertem Aluminium zum Einsatz. Diese lassen sich exakt an den zur Verfügung stehenden Bauraum anpassen. Das ermöglicht hohe Leistungen. Weiterer Vorteil, im Gegensatz zu den herkömmlichen Spulen aus Kupfer benötigen sie keine Wasserkühlung. Stattdessen konstruierten die Ingenieure die Felge so, dass ein zusätzlicher Luftstrom entsteht, der den Radnabenmotor effektiv kühlt. Da der Antrieb direkt in das Rad integriert ist, erhöhen sich die reifengefederten Massen. Deshalb setzen die Experten adaptive Fahrwerkskomponenten ein. Smarte Schwingungsdämpfer reduzieren nicht nur die eingetragenen Kräfte, sondern verbessern auch den Fahrkomfort, Schlüsselkomponente, Leistungselektronik. Damit sich das E-Mobil bewegt, alle Sicherheits- und Komfortfunktionen immer betriebsbereit sind und die Batterie beim Abremsen des Fahrzeugs auch wieder aufgeladen werden kann, muss die elektrische Energie intelligent und sehr effizient verteilt und gewandelt werden. An derartiger Komponenten arbeiten Wissenschaftler des JISB seit 15 Jahren. Für die Verteilung von Energie entwickelten sie zum Bespiel einen Wandler, der das Hochvoltnetz von Elektrofahrzeugen mit dem konventionellen 12 Volt und dem künftiger 48-V-Netz koppelt und einen Energietransfer in jede Richtung ermöglicht. Zudem arbeiten wir an einem System, mit dem sich sowohl Energie- als auch datenkontaktlos an schnell bewegte Komponenten übertragen lassen. Wir haben es bereits in ein Kugelager integriert, berichtet Dr. Ingenieur. Bernd Eckhardt vom JISB Der große Vorteil, induktive Übertragung ist unempfindlich gegenüber Erschütterungen und Umwelteinflüssen wie Schmiermittel oder Öl mit einem entsprechend ausgestatteten Elektrowagen über das Teilstück, wurden die Batterien mit Strom versorgt. Für Stadtfahrzeuge der Zukunft entwickelten Experten aus dem IFAM sowie aus den Fraunhofer Instituten für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit EBF und für integrierte Systeme und Bauelemente E-LISB einen innovativen Antriebsstrang. Das System besteht aus einem luftgekühlten elektrischen Radnabenmotor mit einer Spitzenleistung von 18 Kilowatt samt integriertem Umrichter, der für eine maximale Betriebsspannung von 120 Volt ausgelegt ist und die benötigte Spannung generiert. Über einen luftgekühlten, bidirektionalen 500 Amp-Gleichspannungswandler wird der Antrieb mit Energie aus einer 48 V-Batterie versorgt. Luftgekühlter E-Antriebsstrangradnabenmotoren helfen die Kosten um den Energieverbrauch von Elektrofahrzeugen zu senken. Sie vergrößern das Platzangebot im Fahrzeug und ermöglichen es, durch die unabhängige Drehmomenteinstellung an jedem angetriebenen Rad aktive Fahrsicherheitskonzepte zu realisieren, erläutert doch funktionieren die Komponenten auch im Fahrbetrieb. Arbeiten die Systeme im Verbund zusammen? Diese und weitere Fragen untersuchen derzeit Wissenschaftler des JISP. Sie wollen überprüfen, ob die von Ihnen gemeinsam mit der Automobilindustrie entwickelten Komponenten wie elektrische Antriebssysteme, integrierte Umrichter, Ladegeräte und Batteriespeichersysteme dem Praxisteststandhalter. Deshalb haben die Experten verschiedene Systeme in das Erprobungs- und Demonstrationsfahrzeug E-Span eingebaut. Dort sollen die Komponenten auch beim Fahren im Straßenverkehr ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Unser Ziel war es, eine flexible alltagstaugliche Forschungsplattform zu schaffen, betont Eckart. Das Fahrzeug ist für die Straße zugelassen. Der Umstieg auf Elektromobilität stellt Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verbraucher nicht nur vor große Herausforderungen, sondern bietet auch neue Chancen. Mit seiner Innovationen für die automobile Wertschöpfung der ZUKUNI legt Fraunhofer wichtige Grundlagen für die erfolgreiche Etablierung der Elektromobilität in Deutschland. Langne Staus gehören in der Stadt längst zum Alltag. Oft ist man mit dem Fahrrad schneller am Ziel als mit dem Auto. Obendrein belasten die vielen Fahrzeuge die Luft, treiben die Feinstaubwerte in die Höhe und schaden dem Klima. Besserung ist nicht in Sicht, bald werden zwei von drei Menschen in der Stadt leben. Es entstehen immer mehr Megastädte und die Zahl der Autos nimmt rapide zu. Der städtische Verkehr, das steht fest, braucht dringend eine Zäsur. Vier Fraunhofer-Institute und drei Institute des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT, sowie zahlreiche Unternehmen haben sich deshalb 2011 zu dem Innovationscluster Regional Eco Mobility 2030 zusammengeschlossen, um neue Wege der individuellen Mobilität aufzuzeigen, ergänzend zum öffentlichen Nahverkehr. Das von der Fraunhofer-Gesellschaft, Landesministerien von Baden-Württemberg und Industrieunternehmen geförderte Projekt hat einen Etat von etwa 12 Millionen Euro und läuft Ende 2015 aus. Schon jetzt können die Forscherinnen und Forscher eine ganze Reihe von Ergebnissen vorweisen. Besonderes Highlight des Verbundprojekts ist ein innovatives Elektrofahrzeug. Ziel-Demonstrator-Fahrzeug, im Projekt RIN 2030 wurde unter anderem ein innovatives Elektroauto-Konzept entwickelt. Copyright Fraunhofer war es, ein Stadtfahrzeug zu entwickeln, das noch in 15 Jahren allen Ansprüchen genüht. Deshalb erfassten die Experten zunächst, welche Anforderungen ein Auto künftig erfüllen solle, und kamen dabei auf folgende Vorgaben, 4 Türen, 4 Sitze, relativ leicht, maximal 1200 Kilogramm, nicht zu groß, maximal 4 Meter lang, und ausreichende Zuladungsfähigkeit, etwa 350 Kilo. Mit dem Zukunftsauto soll man mindestens 80 Kilometer ohne Nachladen fahren können. Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung Easy haben ergeben, dass kaum jemand täglich weiterfährt. Allerdings wollen die Forscher das Fahrzeug auch für, längere Fahrten rüsten. Deshalb ist ein Ein-Range-Extender integriert, der die Reichweite bei Bedarf auf mehr als 200 Kilometer erweitert. Abwärmenutzen das E-Mobil der Wissenschaftler erfüllt alle diese Vorgaben. Der Wagen entstand auf dem Kassis eines Audi AL Sportsburg. In seinem Inneren stecken zahlreiche Innovationen wie etwa ein intelligentes Wärme-Management. Überall, wo Wärme entsteht, ob im Elektromotor, in der Leistungselektronik oder der Batterie, wird sie entnommen und dorthin geführt, wo sie gebraucht wird. Bisher wird die Abwärme von elektrischen Antriebskomponenten nicht genutzt. Bei einem Wirkungsgrad von bis zu 97 Prozent, so die Philosophie, lohne sich das kaum. Der Nachteil, die Fahrgastzelle muss im Winter mit Akkustrom beheizt werden, was den Aktionsradius des Autos erheblich einschränkt. Und wenn man bei Frost die Traktionsbatterie nicht erwärmt, wird das Auto zur lahmen Ente. Bei 20 Minusgraden kann es 40 Prozent seiner Leistung verlieren, wenn nicht sogar die Batterie Schaden nimmt. Im RIM 2030 Technologieträger gibt es solche Probleme nicht. Die Traktionsbatterie, ein etwa 130 Kilogramm schweres Hochleistungsaggregat, das die Partner eigens entwickelt haben, wird falls nötig vor dem Losfahren auf Temperatur gebracht. Meist muss man sie aber kühlen, das heißt, sie gibt nutzbare Wärme ab. Die Experten entwickelten auch einen besonders kompakten Elektromotor. Möglich machte diese Miniaturisierung eine neuartige Wicklung der Spule. Die Ingenieure nutzen einen flachen Draht und nicht wie üblich einen runden. Das erhöht die Packungsdichte. Zudem verlaufen zwischen den Drähten Kühleitungen, sodass die Abwärme sofort abfließen kann. So lässt die Motorleistung selbst bei hoher Belastung nicht nach und die Magnetmaterialien der permanent direkten Synchronmaschine werden nicht beschädigt. Dank der kompakten Bauweise lassen sich höhere Drehzahlen realisieren. So kommt der kleine und leichte Motor auf die gleiche Leistung von 50 Kilowatt Dauerleistung, 80 Kilowatt Peak, wie ein herkömmlicher Elektromotor. Getriebe mit zwei Gängen Eine weitere Innovation ist das Zweiganggetriebe, das mit dem Elektromotor eine Einheit bildet. Bislang haben E-Fahrzeuge nur einen Gang. Der Nachteil, bei hohen Geschwindigkeiten nimmt der Wirkungsgrad ab, anders beim Rehmobil. Es schaltet ab 80 Stundenkilometer einfach in den zweiten Gang hoch und bleibt effizient und agil. Obendrein ist ein neuartiger Stromwandler eingebaut, der für eine stabile Antriebsspannung sorgt. Bei herkömmlichen Elektroautos sinkt die Spannung mit zunehmender Entladung der Batterie und macht das Fahrzeug müde. Um die Reichweite des Stroms bei Bedarf zu erhöhen, haben die Ingenieure eine Brennstoffzelle eingebaut. Sie wird mit einem Methanol-Wassergemisch betrieben, das aus herkömmlichen Zapfsäulen fließen kann und im Auto keinen speziellen Speicher erfordert. Ein handlicher Reformer erzeugt daraus den nötigen Wasserstoff. Bei Fahrtantritt springt die Brennstoffzelle an und speist mit einer konstanten Leistung von knapp 5 Kilowatt den Akku. Das genügt, um die Reichweite auf bis zu 250 Kilometer zu erhöhen. Doch das beste Elektrofahrzeug nutzt nichts, wenn es keine Käufer findet. Wie kann man Autofahrer für Stromer begeistern? Auch das haben die Forscher untersucht. Das Ergebnis, die Akzeptanz steigt mit der Nutzung, sagt der Koordinator des Projekts REM 2030 Professor Martin Witschel, Leiter des Geschäftsfelds Energiewirtschaft am EASY. Arbeiten von EASY-Psychologen zeigen, dass nicht nur der hohe Preis der E-Mobile abschreckt, sondern auch falsche Vorstellungen. Wer einmal einen Elektrowagen ausprobiert hat, ist begeistert, berichtet Witschel. Wir empfehlen Politkern deshalb, er Fahrzeuge zu Testzwecken zur Verfügung zu stellen. Im Projekt REM 2030 arbeiten Experten an der Konzeption ganzheitlicher. Mobilitätslösungen REM 2030 Das Elektroauto ist nur eines der Ergebnisse des Innovationsclusters. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit hat noch weitere Lösungen erbracht, wie etwa das automatische Fahren ins Parkhaus. Mit diesem Kniff kann man die Wagen viel dichter stellen und die Kapazität der Parkhäuser erhöhen. Zusätzlich zu den rein technischen Innovationen sollen auch neue Organisationslösungen helfen, die Effektivität der urbanen Mobilität zu verbessern, betont Witschel wir verfolge einen neuen Mobilitätsansatz, der sich aus dem Zusammenspiel dreier Fahrzeugkonzepte ergibt, dabei kommen elektrische Fahrräder auf kürzeren Strecken. Speziell für die Stadt, entwickelte Kleinst-Elektrofahrzeuge sowie herkömmliche Autos für weitere Strecken zum Einsatz Damit sich die unterschiedlichen Fahrzeuge effektiv nutzen lassen, müssen diese durch Software noch besser untereinander sowie mit Cars Haring angeboten und im öffentlichen Nahverkehr verbunden werden. Erst diese intelligente Vernetzung kann dazu führen, dass die Nutzer die verschiedenen Mobilitätssysteme akzeptieren und auch kombinieren.